Und war ein bisschen peinlich. Nochmal peinlich. Können wir das im Schnitt vielleicht irgendwie besser aussehen lassen? Ich bin Thorsten Neumann und ich mache das Filmfest in Oldenburg in diesem Jahr zum 23. Mal. Und ich bin heute hier im Gespräch mit der Kaugummi-Maschine. Ich habe hier eine ganze Menge Kohle vor mir liegen. Normalerweise würde ich jetzt loslaufen und mir davon Zigaretten kaufen, aber ich stecke das einfach mal hier rein. Verdammte Axt. So, es ist kein Kaugummi. Ganz harte Frage. Warum funktioniert gerade ein Independent Filmfestival in Oldenburg so gut? Interessanterweise die Oldenburger, von denen man glaubt, dass sie relativ kühl und zurückhaltend sind, ganz heimlich in sich drin was unheimlich Experimentierfreudiges haben. Und dass die sozusagen ausgehungert übers Jahr dann sich auf das Festival einlassen und so diese verrückten kleinen Filme mit total viel Lust irgendwie angucken und entdecken. Und deswegen ist das genau das Richtige für die Oldenburger. Das ist das Geheimnis von Oldenburg. Die Oldenburger sind das Geheimnis von Oldenburg. Nächste. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Nach dem Besuch welchen Wunschgastes würdest du ans Aufhören denken? Eigentlich war unser Anfangsplan immer, wir haben mal irgendwie gehört, dass die Regiehelden aus dem New Hollywood aus den 70ern sich einmal im Jahr zu einem Abendessen immer verabreden und immer treffen. Das machen die seit ewigen Zeiten. Und die sich immer treffen sind Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Brian De Palma und Martin Scorsese. Wenn die hier zusammen in Oldenburg auflaufen, dann höre ich sofort auf. Okay Leute, ihr könnt euch also auf 100 Jahre mehr Filmfest Oldenburg freuen. Worauf freust du dich beim diesjährigen Filmfest besonders? Ich habe natürlich so meine Favoriten im Programm. Ich freue mich immer so auf besondere Momente und die kann man nicht vorhersehen. Ich freue mich natürlich immer sehr, wenn so diese Atmosphäre in Oldenburg entsteht und wenn das sich auf andere Leute überträgt. Manchmal ist das furchtbarerweise so, dass kurz vor dem Filmfest ich mich immer besonders auf den Sonntagabend freue, wenn alles überstanden ist. Komischerweise. Und dann freue ich mich schon auf das 2017 Festival. Oh, das ist ein Joker. Ehrlich gesagt, darauf freue ich mich besonders. Eine kleine Belohnung. Das ging noch vom letzten Jahr. Das hat einige von den Filmemachern erwischt. Da sind gar keine Fragen mehr drin, Leute. Hört doch auf. Ich gucke mir meine ganzen Geschenke gleich mal an. Vielleicht kommt ja auch noch eine Zigarette raus. Ach guck, jetzt habe ich noch eine gefunden. Eine ganz lustige. Wie sieht dein Ruhestand als Filmfestdirektor aus? Wird es den überhaupt geben? Weiß ich nicht. Ich finde diesen Gedanken ja sowieso uninteressant. Ehrlich gesagt, dass man irgendwann meint, mit dem, was einen im Leben vorantreibt, irgendwie aufhören zu müssen. Keine Ahnung, aber vielleicht werde ich irgendwann mal so senil und geschmacksunsicher, dass irgendwie alle anderen sagen, Alter, lass das jetzt mal bleiben. Gibt es nicht. Keinen Ruhestand. Ob als Filmfestdirektor oder egal was. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es wird mir zu persönlich hier. Außer, dass ich mich freue, wenn es morgen losgeht und wir so auf die Schiene gesetzt werden und dann hier wieder so verrückte fünf Tage erleben. Herzlichen Dank.